Ich frage mich auf meine Truppe heute. Vor allem jetzt ist die Winterpause endgült. Genau erkläre ich das, er wird nachher noch einmal anfangen. Ich glaube, das wird mutig sein. Super! Ich habe mir irgendwann den Probehelm zugelegt. Okay! Da ahnt sich nicht an der Holmische. Da hat sich das gemerkt. Tapptapp! Oi oi oi! Es gibt zwei Stellen, da bist du vorsichtig. Wenn die Truppe auf einmal schlagartig ruhig ist, dann stimmt was nicht. Und wenn die auch anfangen zu lachen. Für den Brill? Nein. Aber, wo du schon... Ja, das ist für den Brill. Super! Das ist wie die Pech. Ja, genau. Das ist die Kassenvariante. Wisst ihr, was den Privaten sichert an dieser Stelle? Das ist ja schon. Ja. Das wäre auch schön gewesen. Noch einmal laut probieren. Ich hab ihn! Jetzt müssen wir wissen, was da recht. Also recht immer aus Richtung vom Tappgesee. Also von hier. Das wäre es. Oi oi oi! Tappschlappe! Oi oi oi! Hast du hor으로 raus? After all meinst du w reducesnesją.